Guten Morgen und herzlich willkommen zu Mokdo-Blick von Tradingportal.net. Wir haben Freitag, den 18. Oktober 2019, der Wochenabschluss. Eine erneut sehr politisch geprägte Woche steht an. In der vergangenen Woche der Handelskonflikt, die Hoffnung diesen zu lösen, welcher am Ende nicht gelöst wurde. Und dann in dieser Woche die Hoffnung auf einen nächsten Deal. Brexit-Deal ging es diesmal. Die EU und die britische Regierung haben sich auf einen Deal abermals geeinigt. Das ist der dritte Deal. Nun, die große Frage, es gab eine große Freude an Mokdo, welche dann komplett wieder abverkauft wurde. Denn die Sicherheit ist eben nicht gegeben, dass dieser Deal auch das britische Unterhaus passieren kann oder ob dieser Deal abermals scheitert. Am Wochenende steht diese Entscheidung an. Und es kann gut sein, dass die Mokdo-Nem jetzt vorsichtig agieren werden. Aber am Gegenmittag steht eben auch noch der kleine Verfallstermin an. Der kann für kleine Bewegungen und noch etwas Rumgeschiebe durchaus sorgen, weil der DAX eben in einer Region steht, wo es deutliche Positionierungen gibt. Es gibt also gegen Mittag noch kleine Bewegungen möglich. Und dann mal schauen, wie man sich in dem Wochenabschluss verabschieden kann. Ob der DAX sich vielleicht auf die große Seite der Range rausschieben kann. 650 vor die Oberkante. Oder ob er doch unterhalb wieder schließt und wir bloß einen Spike auf der oberen Seite gesehen haben. Dann blicken wir hier auf den DAX-Wochen-Short. Unsere aktuelle DAX-Wochen-Katze, die Vor-Wochen-Katze wurde herausgesqueeßt mit der Hoffnung, die Donald Trump verbreitet hat. Und dann in dieser Woche konnte ein weiterer Hochpunkt, konnten wir über diese Zone hier, 4,95, war hier der Deckel drauf, war ein sehr platter Gipfel, vielleicht etwas zu Platz. Der wird selten so platt ausgebildet. Da fehlte vielleicht doch ein Spike, den wir jetzt gesehen haben. Dieser Spike ging aber direkt noch über die 650 hinaus. Und dann hier Richtung Oberkante, beziehungsweise Unterkante des alten Trends, beziehungsweise steigenden Dreiecks. Hat man hier schon mal fast getestet im September. Sind aber nicht ganz dran gekommen. Hier jetzt wieder fast der Test und wieder der Abpraller. Das ist die Frage. 650 hier notieren wir aktuell. aktuell ist die große Seitwärtsrange, die wir seit April verteidigen, ca. 11.650 Richtung 12.650. Oberhalb wäre diese Spanne hier aktiv Richtung 850. Und dass wir uns hier an der Oberkante etwas entlanghangeln können, Richtung 13.000. Das ist aber die Frage, ob wir diesen Wochenschluss, diese Zone werden nicht auf Wochenschlussbasis relevant, ob wir diese eben verteidigen können. Wir sind gestern doch deutlich wieder abgeprallt, haben eine bärische Tageskarte ausgebildet. Daher kann es sein, dass wir vielleicht nur eins beigesehen haben und am Ende doch den Wochenschluss wieder unterhalb der 650 suchen. Falls wir unterhalb der 650 bleiben, könnte es in den nächsten 1-2 Wochen eine Konsolidierung anstellen, wo die zwei Hoffnungsgaps, die wir in dieser Woche und in der Vorwoche aufgeschlagen haben, geschlossen werden. Einmal knapp oberhalb des 12.200 und einmal knapp an der 12.500. 650 bleibt relevant. Oberhalb diese Zone hier gegeben, wenn wir am Wochenschluss oberhalb suchen und auch in der kommenden Woche oberhalb reinkommen, dann könnte die Spanne Richtung 850 aktiv sein und entlang kann man hier beginnen. Schwacher Wochenschluss unterhalb der 650 und wir könnten uns dann doch wieder in diese Zone dann hier bewegen in den nächsten 1-2 Wochen. Vielleicht sogar hier Richtung SM100 und mittleres Bonninger Band, dass wir hier eine Wochenkatze ausbilden und dann hier eine Wochenkatze aufbilden und dann wieder hier wieder aufsetzen in dieser Zone knapp unterhalb des 12.200. Relevanter Bereich. Wieder hier oder hier. Wochenschluss relevant, ob hier so eine Nadel stehen bleibt oder ob wir uns doch noch über die 650 retten können. So, wenn wir hinein in den DAX-Tageschart. Jede Katze stellt nun einen Tag dar. Hier haben wir nur die zwei Hoffnungsgap. In der Vorwoche von Donald Trump wurde dieses aufgeschlagen, knapp oberhalb des 12.200. Dieser Woche folgte dieses Gap hier bis bei 12.512 und bei 12.495. Es kann gut sein, dass wir jetzt, wenn wir jetzt nicht die 650 halten können, nicht verteidigen können, dass wir jetzt die Konsolidierung einleiten, wo dann die Gaps nacheinander geschlossen werden. Dieses dürfte noch das leichtere sein bis 12.500. Das hier dürfte etwas schwieriger sein. Da kommt mittleres Bonninger Band, läuft auch hoch. Aber es wäre eben eine Zone, die wir ansteuern könnten dann in den nächsten zwei Wochen. Unsere Tageskatze von gestern. Wir hatten diese Spike-Bewegung, als der Deal stand Richtung 12.800. Sehr zügig ging es hoch. Aber sehr zügig ging es dann, wie ihr seht, direkt auf Tagesschluss zurück. Und wir schlossen dann am Ende, glaube ich, sogar genau auf Tagestiefstand. Ja, überhaupt wenige Punkte drüber, aber um 650 haben wir geschlossen. Also komplett abverkauft wieder. 650 bleibt nur in der Wochenschluss im Fokus. Diese Tageskatze deuten natürlich an, dass wir heute keinen weiteren Hochpunkt sehen werden, dass wir eher um die 650 kämpfen werden. Und dabei wäre eine Spanne hier durchaus im Tagesverlauf denkbar. Zwischen 600, 650, 700. Das wäre noch neutral. Oberhalb hält sich das Bild doch wieder etwas auf. Wir könnten den Schluss oberhalb der 650 auch suchen. Aber normal könnte man ja erstmal ein bisschen pendeln. Zwischen 700 bis 600. Unterhalb der 600 droht wirklich eine erste kleine Eintrübung. Und der Weg öffnet sich über die 560 Richtung Gap bei 512. Könnte dann verteidigt werden, muss man noch nicht gleich schließen, aber der Weg wird dann wirklich eingeleitet, dass wir dann so langsam hier runterlaufen könnten. Erst das Gap dieser Zone hier um 500 und im zweiten Schritt dann Richtung mittleres Bollinger Band um 12.300. Und dann im dritten Schritt könnte auch das Gap geschlossen werden um 12.200. Dieser Weg wäre dann für die nächsten 1-2 Wochen gegeben. Oberhalb der 650 hingegen die Chance, dass man dann langsam, wahrscheinlich nur kleine Tageskatzen ausbilden, Richtung 850 wandern und hier an den alten Aufwandstrends und entlang hangeln. Aber diese Tageskatze ist eigentlich erstmal ein Hinweis, dass hier vielleicht eine Konsolidierung anstehen könnte. Manil hat ja schließlich eine ordentliche Bewegung hingelegt nach der ganzen Hoffnung, die gestreut wurde und am Ende vielleicht gar nicht mal zutreffend ist. Handelskonflikt zwischen China und USA geht unvermindert weiter. Auch die ganzen Sölle belasten weiter. Und Thema Brexit. Es kann gut sein, dass am Samstag dieser neue Deal, der groß gefeiert wurde, gar nicht ratifiziert werden kann, weil das britische Unterhaus diesen ablehnt. Und dann bleibt alles letztendlich beim Alten. Die ganze Hoffnung, die hier eingepreist wurde, kann durchaus wieder komplett ausgepreist werden. Gut, kurz zusammengefasst. 650 auf Wochen, Schlussbasis relevant. Schlussoberhalb wäre eine Chance für die Bullen der kommenden Wochen. Ansonsten im Tagesverlauf können wir schwanken. Es lösen 650, 700 und 600. Unterhalb der 600 könnte es wirklich eine erste Eintrübung geben. Da trübt sich das Bild ein. Weiter Hochpunkte waren doch unwahrscheinlich. Und die Gipfelbildung könnte einsetzen. 560 wäre dann zu nennen und das Gap bei 512. Vielmehr müsste es dann heute auch nicht geben. Im bärischen Fall, falls man wirklich die 650 schon nicht nehmen, dass die 600 schneiden und über die 560 so 512 laufen könnte. Und das sollte schon unsere Tageskarte sein. Im bärischen Fall, mal schauen, ob wir uns wirklich so weit schon aus dem Fenster lehnen wollen. Das Nachfolgen wäre dann dieses Gap plus zu nennen. Und dann die Bewegung Richtung 12.300 und dieses Gap um 12.200. Aber dies hat, wie gesagt, durchaus etwas Zeit. Ein, zwei Wochen könnte es durchaus einen Anspruch nehmen, wenn wir die 650, wie gesagt, eben nicht knacken können. Dieses genaue Bild wird man dann am Wochenende detailliert analysieren, wenn es den großen Wochenausblick gibt. Für heute soll es erstmal reichen. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und würde mich freuen, wenn ihr in unserem Trading-Shirt auf tradingportal.net vorbeischauen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen, zuhören und bis gleich. Ciao.